Norddeutscher Rundfunk 2021 Das Mikrofon Hallo, ich bin Gianni Lamoro aus Sessle. Ich war letztes Jahr schon beim Mikrofon dabei. Das wäre das zweite Mal. Es ist einfach fantastisch, das nochmals zu erleben zu dürfen. Es ist einfach das Singen, und das Singen ist mein Leben. Auch wenn es ein paar schiefe Töne dabei gibt, finde ich es einfach wunderschön. Am Schluss kommt es darauf an, ob man die Musik spürt und weiss, was man singt. Ich finde, es ist ganz wichtig. Das Mikrofon Ich bin jetzt 16 Jahre alt. Und ja, ich freue mich auf weiteres. Das Mikrofon Ich bin jetzt 16 Jahre alt. Ich bin jetzt 16 Jahre alt. Du hast letztes Jahr den 3. Platz bereit. Heute bist du mit einem Titel, den nicht jeder kennt. Was hast du uns mitgebracht? Wie kommst du zu diesem Song? Also, ich habe von Caro Emeralds Liquid Lunch mitgebracht. Und wenn ich eigentlich zu diesem Song gekommen bin, bin das eigentlich nichts zu grosses. Früher habe ich schon immer Balladen gesungen und jetzt ist einfach mal der Moment gekommen, wo ich denke kann, wow, jetzt muss ich unbedingt etwas Rassiges singen, etwas Spezielles, was nicht jeder kennt. Und ja, so bin ich zu diesem Song gekommen. Okay, dann hoffe ich, ihr rockert recht mit. Viel Vergnügen, Janine Lamoro. Musik 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 They bring something up, something up too sweet Some esotie medicine To kill my abriel with some kind of magic pill I just can't apologize for what I did to myself My best, an ocean liner And I can't call for help Yeah, baby, it hurts a bunch The guys can't know when you had much I promise on a dime, Mr. Lesnar You'll never have a liquid lunch Yeah, baby, it hurts a bunch The guys can't know when you had much I promise on a dime, Mr. Lesnar You'll never have a liquid lunch Yeah, baby, it hurts a bunch The guys can't know when you had much I promise on a dime, Mr. Lesnar Liquid lunch Yeah, baby, it hurts a bunch The guys can't know when you had much I promise on a dime, Mr. Lesnar I never had a liquid lunch Vielen Dank! Vielen Dank! Janine, dein Kommentar aus der Jury kommt von Melinda Brogli. Sie ist die Gewinnerin des letzten Jahres bei «Das Mikrofon». Hallo, Melinda! Hallo zusammen! Janine, du hast mich weggeputzt. Das hätte ich nie erwartet, dass du uns eine solche Show hinlegst. Und dass du dann noch tanzt und dann auch noch so Töne raushaust. Also wirklich Hammer! Danke! Danke! Merci! Dankeschön! Janine Lomoro! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!